Hallo Leute und herzlich willkommen zu Draw a Stickman. Es ist ein kleines, wirklich sehr, sehr kleines, kurzes Trash-Game, würde ich nicht sagen, aber so ein ganz kleines, kurzes Spiel für zwischendurch. Und ich bin mir momentan nämlich am überlegen, es gibt auch ein richtig gut aussehendes Hauptspiel dazu, ob ich mir das hole für 4 Euro, erinnert mich stark an Scrabble Nards. Aber spielen wir erstmal das, Draw a Stickman. Okay, ein Strichmännchen, alles klar, das wird das beste Strichmännchen, das ihr je gesehen habt, weil ich kann mega gut zeichnen. So, okay. Das ist freundlich. So, kriegt es hier die Beine. Alter, was sind das für Beine? Okay, ich fähre schon mal ein Bein, aber dann kriegt es dafür von mir jetzt noch so ein Kleid. Komm. Das ist jetzt dein Sackkleid. Alter, wie scheiße siehst du aus. Und wenn man schon erraten hat, wenn ein Kleid ist, wäre natürlich ein Beetchen. Oh, was sind die wunderschönen, langen Haare. So. Ah, ich bin ein Mädchen. Bisschen längere Arme. So, hier geht einfach das Kleid so rüber. Gut. Oh, yeah. Oh. Und irgendwie so High Heels. Ich möchte, dass die High Heels hat so. Oh. Yeah. Das ist das schönste Strichmännchen, das je jemand gesehen hat. Da. Help, help. Oh my God, da brauche ich jemanden. Da gehe ich doch mal schnell hin. Help, help. It sounds like someone is in danger. Can you do a ladder so I can rescue them? I gonna rescue them. Ah, ich muss eine Leiter bauen. Okay. Ich weiß, eine wunderschöne Leiter. Wahrscheinlich muss sie da hoch. So. So. Dann kommen hier die Sprossen hin. Und... Äh, das ist nicht ganz für mich. Was braucht eine Leiter denn noch? Das meiste ja so hinten noch so. Hier, komm. Steht sicher. Safe. Oh, safe. Was soll das jetzt eigentlich werden? Keine Ahnung. Oh, ich will eine Sonne. Das hat nichts mit einer Leiter zu tun, aber ich will eine Sonne. So. Fertig. Dankeschön. Jetzt geh in diese Leiter hinauf und rette deine Freunde. Oder so. Bewegt sich gar nicht dumm. Nein. Zum Glück nicht. Oh, ein Tiger. Oh. Oh. A Tiger. Can you do a Tiger-Kostüm on me? Willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen? Okay. Ein Tiger-Kostüm. Auf jeden Fall haben wir hier so Tiger-Ohren. Oder so Katzen-Ohren allgemein. Das ist ganz wichtig. Dann machen wir einfach so. Äh. 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 Dann will ich hier so kleine Pfötchen, Tatzenpfötchen. Dü-dü-dü. 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 Dü-dü-dü-dü. Tatzen, Tatzen, Katzen, Tatzen. Und dann machen wir hier so Streifen hin. Wenn das nicht das beste Tiger-Kostüm ist, was ihr je gesehen habt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Ich gehe echt weiter damit, wie doof das aussieht. Äh. Oh, ein Wecker. Wie kommt der denn da hin? Ja, gut. Wie kommt der Tiger dahin? Oh. Fuck. RING-DING-DING. Das ist so logisch. Oh no, mein Kostüm kam auf. Ja. Und das erfreut den Tiger nicht gerade. Haha, noob. Oh. Und ein Biber. Ich nenne ihn Justin. I have an idea. Du hast ein Bucket of Water in my hand. Okay. Ein Wassereimer. Ich mache gleich eine Wasserflasche. Doch, ein Eimer. Komm, ich mache ein Eimer. Hier kommt der Henkel. Und hier kommt die Werbung für Dani. Äh, Pell. Das ist wie ein Dani. Äh, Pell. Ein Eimer. Dani. Äl. Pell. So. Mein Eimer. Schlauer Tiger. So schlauer Tiger. Das mag ich nicht. Muss mein Eimer hin. Mein Eimer hin. Ja. Genau. Ein Aufzug. Ja gut. Ein Elevator. That's handy. Ach ja. That's wirklich toll. Harte Tiger kommt aber auch. Can you draw a heavy weight in the other elevator car? Okay. Was ist denn schwer? Was ist denn schwer? Ähm. Eine Blume. So. Ganz schweres Gewicht. Oh Gott. Das ist hässlich. Aber es ist eine Blume. Du 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 du. Blume. Oh mein Gott. Wie schwer diese Blume ist. Diesmal mache ich eine Beuke rein. Oh oh. It's suck. Jump. 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 Oh mein Gott. Es wackelt. We have to think of something first. I know. Let's turn this elevator car into a flying machine. You have strong wings on this elevator car so I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. So. Mal sehen. Irgendwelche Flügel. Mhm. Ich zeichne ich den Flügel so. So. Angel Wings. Hui. Und hui. Und hui. Ich kann gar nicht erst hinsehen. Climb on. Ah. Oh no. Oh. I can't look. Ich kann gar nicht erst hinsehen. Quick. Pass the back button on your bow so we won't have to see that disaster. Okay. Okay. Loading. Okay. Das war's dann glaube ich. Und. Ah. Gerettet. Ja gut. Anything is possible. You just have to. Jetzt habe ich den Schnee gelesen. Cool. The End. Also wirklich ein ganz kleines Minispiel zwischendurch. Spielt es selbst wenn ihr Bock habt. Und das ist das Spiel was ich hier meinte. Was ich überlege ob ich es mir holen soll. Ich denke ich hol es mir für 4 Euro. Könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.